Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast mit ganz viel Herr der Ringe und Game of Thrones-Content hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Meester Chris und mit mir dabei Silmarillion Michael. Ich grüße dich. Sei du auch gegrüßt. Na, bist du schon ein bisschen so gefangen? Im House of the Dragon Fever wieder drin? Ist es entfacht worden bei dir? Ja, in der Tat. So mit Episode 3 und 4 vor allen Dingen zieht es mich deutlich mehr rein als die erste Staffel, habe ich das Gefühl. Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, war so ein bisschen, es war jetzt nicht schlecht, mein Gott, die erste Folge. Wir haben ja auch die schon ausführlich besprochen. Wir haben uns ja auch der ersten Staffel ganz ausführlich gewidmet. Wer da nochmal zurückgehen will, das findet ihr alles bei uns auf der Seite. Und das Forever Nerd Curl war auch bei den ersten zwei Folgen so, aha, so mäßig gehuckt. Also es war jetzt nicht so, dass dann jetzt am Montag unbedingt die Folge geguckt werden musste. Es konnte auch ruhig aus noch ein, zwei Tage warten. Also es war jetzt nicht so, gut, war auch noch EM, ne, kommt auch noch dazu. Haben wir da fleißig alle Spiele geguckt. Aber jetzt sind wir vollkommen drin. Und darüber werden wir heute sprechen, über die Folgen 2, 3 und 4 von House of the Dragon. Geht es hier auch so, ich will immer House of the Dragons sagen. Warum eigentlich nur Dragon? Ich meine, da ist einer auf dem Wappen drauf, aber eigentlich müsste es ja Houses of Dragons heißen. Oder Houses of the Dragons. Haus des Drachen. Du. Häuser der Drachen, oder weiß ich nicht. Häuser der Drachen, Häuser der Drachen. Aber nee, das ist ein Haus des Drachen. Wir sind im Haus des Drachen, weil es ist ja, wir sind entweder im Haus des Löwen, wir sind im Haus des Bären, wir sind im Haus des Wolfes. Also ein Wappentier ist immer das Relevante dabei. Wir haben ja nicht nur Drachen hier, wir haben ja auch schnüffelnde Frettchen im Star Wars-Universum. Und noch viel mehr, Michael. Genau, auf nerdizismus.de findet ihr alles, was wir bisher besprechen und aktuell besprechen, aktuell schreiben, weil du manchmal schreibst ja auch ein paar schöne Artikel. Und so aufnehmen. Und da ist zum Beispiel aktuell The Acolyte immer noch fleißig dabei. Houses of the Dragon, Acolyte kann man auch irgendwie schön vergleichen, weil in beiden sind Zwillinge unterwegs. Ganz egal, aber das Wichtige ist, dass ihr uns Feedback gebt. Wir haben nämlich den großen, schönen Feedback-Button auf unserer Webseite. Da könnt ihr uns entweder schreiben oder eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp an die 01525-964-7709. Oder ihr schreibt uns wie viele andere auch klassisch eine E-Mail an die Info at nerdizismus.de. Oder ihr seid noch besser drauf und diskutiert fleißig mit uns mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de. Ihr dürft euch natürlich auch gerne noch ein Game of Nerds oder Nerdizismus T-Shirt schießen unter nerdizismus.de. Und ihr dürft euch auch vor allem noch einen Termin ankreuzen. Halloween, den 31.10. Da gibt es die nächste Nerdy Christmas live dann in der Halloween Edition. Und da kommt ihr alle ganz schön verkleidet. Und das wird da noch eine Weile hin sein. Aber das wird ein ganz, ganz, ganz großer Spaß. So, Feedback haben wir auch ein bisschen. Es darf durchaus mehr sein, also haut in die Tasten. Aber da schreibt uns der Michael, ihr sagtet, dass man den ermordeten Jungen ja nicht gekannt hat. Und es einem deshalb auch nicht so nahe gehen würde. Also, Jairus. Aber das war doch der süße kleine Junge, der am Anfang mit dem kleinen Rat den Lenders dazu Verzweiflung gebracht hat, oder? Ich weiß es nicht mehr, die sehen alle gleich aus. War der das? Kann gut sein. Ja, die sehen wirklich alle gleich aus. Aber was wir letztes Mal nicht richtig hinbekommen haben, ist, dass es in der Tat eigentlich drei Kinder gewesen sein sollten. Ich glaube, im Buch sind es drei. In der Serie haben wir bisher aber nur zwei gesehen. Haben wir immer nur zwei gesehen. Ich glaube, ja. Oder war eins von hinten? Naja. Von daher war das Ende der Folge auch unter diesem Gesichtspunkt echt hart. Und Hinkefuß kommt aus dem Haus Stark. Der hatte in der ersten Staffel ja seine eigene Familie umbringen lassen und gehört nicht zu den Lenders. Das ist richtig. Danke, Michael. Da... Moment, Moment, Moment. Der da ist falsch. Der ist ein Strong. Ein Strong. Ja. Also, richtig? Ja, Larry Strong. Wir lagen falsch. Naja, auf Deutsch ist es doch stark. Ach so. Oh, ja. Okay, verstehe. Aber was ist denn dann... Also, die Starks sind ja immer die Starks. So. Ja, wollte ich gerade sagen. Was... Wie ist denn Haus Stark auf Deutsch? Kraft? Nee. Also, Moment mal. Larys Strong. Ja. Heißt dann auf Deutsch Larys Kraft? Ich glaube ja. Ich glaube Kraft. Larrys Kraft, genau. Haus Kraft. Also, hätten wir das jetzt auch. Also, lieber Michael, der uns so schreibt, ja, richtig, es war kein Lannister. Falsch, es war aber auch kein Stark. Zumindest nicht der deutsche Stark, ja, sondern der englische Strong, der im Deutschen dann wieder Kraft ist. Es ist aber auch ein Kreuz mit diesen Namen, ja. Mir gefällt die zweite Staffel auch bisher wieder echt gut, schreibt er. Es hebt sich echt von der Masse an Serien ab. Da habt ihr recht. Und diese Meinung, dass er sich von der Masse an Serien abhebt, da muss ich ganz ehrlich sagen, die haben wir auch nicht alleine. Und jetzt ist es mal wieder Zeit, wir brauchen mal so einen Jingle für Google Trends. Bing, 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 bing. Und ich habe mir einfach mal wieder die letzten Event-Serien geschnappt, House of the Dragon, Shogun, Yellowstone, Fallout und The Acolyte. Discovery habe ich schon gar nicht mehr mit, weil es läuft sowieso unter Ferner liefen. Also du siehst bei diesen fünf Serien, wenn du die vergleichst, siehst du von Discovery schlicht und ergreifend nicht mehr mehr einen Ausschlag. Ja, also Ausschlag, den kriegst du, aber du siehst sie nicht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, und ich hätte es wirklich nicht gedacht, ich hätte es echt nicht gedacht, da wischt House of the Dragon mit allen anderen aber sowas von dem Boden auf. Also am höchsten kommt noch The Acolyte mit der ersten Folge vor ein paar Wochen, wer hätte es gedacht. Und das schafft gerade mal ein Viertel des Suchvolumens oder der Nachfrage von House of the Dragon. Also nur ein Viertel davon. Wenn die Shogun geguckt haben, kriegen sie das auch noch hin. Ich weiß nicht, ob die Shogun geguckt haben. Und also Shogun, Fallout, Gut, Yellowstone, sag ich mal, zählt nicht wirklich, da gab es jetzt aktuell nichts Neues, Acolyte und so, haben also gerade mal ein Viertel der Nachfrage zu House of the Dragon. Das ist schon, das ist schon, Game of Thrones ist schon ein Phänomen, so als Ganzes. Und sie haben es wirklich geschafft, ein bisschen weniger, ich habe es gerade noch verglichen mit der ersten Staffel, das ist ein bisschen weniger, aber nicht dramatisch weniger. Es ist definitiv kein Einbruch, ja. Und es hat jetzt zur vierten Folge auch wieder kräftig zugelegt. Und die Reviews bei Rotten Tomato sind auch dementsprechend. Michael, du darfst sie immer raten. Und was glaubst du, nach vier Folgen, wo hat es sich denn jetzt eingependelt? Mach mal du den Audience-Score, der Average-Critic-Score, der war ja schon vor ein paar Wochen fix. Der Audience-Score, boah, gute 85 Prozent, würde ich so sagen. Genau, auf 87 hat er sich eingependelt. Ja. Also, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da gehe ich jetzt durchaus mit. Die ersten paar Folgen, da habe ich wieder so ein bisschen gebraucht, bis man reinkommt und so. Aber mit der dritten Folge hatten sie mich dann wieder. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, aber immer der Reihe nach. Wir fangen an mit Rhaenyra the Cruel, Folge 2. Mhm. Ist ja eine schöne Spiegelung sozusagen zum Ende der ersten Staffel, wo der Sohn von Rhaenyra tot ist. Und jetzt ist der Sohn von, naja, aus Versehen von Helena tot und nicht von Alicent oder von Aegon. Und der Jaehaerys ist also tot. Und ja, ich bin mal gespannt, was sie da, bleiben wir bei Helena, was sie mit der noch machen. Bisher darf sie ja nur heulen. Ja, also die wird noch länger dabei sein, aber die hat jetzt auch nicht mehr so eine tragende Rolle in dem ganzen Dance of the Dragons. Mhm. Aber ihre Kinder könnten nur noch eine haben. Ja, jein, auf jeden Fall. Ja, das wird noch ein bisschen, wie alles bei House of the Dragon, wird das alles ein bisschen komplizierter werden. Es ist komplex. Es ist komplex. Wir werden ein paar Hochzeiten und ein paar Morde dazwischen haben, die alles noch deutlich verschieben auf dem Schachbord, was wir hier sehen. Ja, die Kinder werden noch wichtig werden, weil am Ende des Dance of the Dragons liegt das ganze Haus Sargerian in Schutt und Asche. Und alle, die gerade noch irgendwie involviert sind, da mag man gar nicht denken, wer überlebt oder wer länger als andere überleben. Weil das, es ist ja wieder Game of Thrones. Da denkt man ja nicht, dass so ein Rob Stark oder so ein Eddard Stark, die haben auch nicht so lange überlebt, wie man dachte. Und das Gleiche wird auch genau hier passieren. Also, da bin ich schon gespannt. Und ich muss ja sagen, im Gegensatz zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe, oder letzte Mal, als wir das aufgenommen haben, habe ich ja gesagt, jetzt geht es erst richtig los mit dem Bürgerkrieg. Da muss ich der Serie dann doch lassen, dass sie es etwas runterspielt. Aber die nehmen sich ihre Zeit. Ich hatte gedacht, die gehen mehr ins Eingemacht, aber ich habe ja auch letztes Mal gesagt, ich habe nicht diese längere Version des Ganzen mir irgendwann mal durchgelesen. Ich habe mal eine kürzere Zusammenfassung. Und da springt es deutlich schneller zu den großen Ereignissen, als es die Serie macht. Trotzdem muss ich sagen, mir gefällt die Serie deshalb sehr gut, weil wir uns nicht auf Schlachten konzentrieren. Und wenn mal eine große Schlacht oder wenn mal große Bilder dazwischen sind, dann haben die viel mehr Impact, viel mehr Tragweite, als wenn man in jeder Folge irgendeinen großen Tod oder irgendeine große Schlacht zieht. Und was irgendwie, frag mich nicht warum, vielleicht ist es auch der Gewöhnungseffekt, aber das Schnellreisen ist gar kein Ding mehr irgendwie, oder? Definitiv. Also schau dir jetzt mal in diesen drei Episoden an, Rhaenyra, wie die erstens die ganze Zeit trauert unterwegs und dann ist sie wochenlang unterwegs nach King's Landing und wieder zurück. Vielleicht nicht wochenlang, aber einige Tage ist sie schon unterwegs. Wobei ich der Timeline hier nicht ganz traue, weil ich glaube in der vierten Episode sagt Alicent ja irgendwann, es kommt mir so vor, als hat vor ein paar Wochen mein Vater noch gelebt. Also es kann nicht so ewig viel Zeit seit dem Staffelende vergangen sein. Ja, das ist mir auch aufgefallen, das ist ja Käsen, der scheint wohl in Universe höchstens ein halbes Jahr vergangen zu sein, wenn überhaupt. Ja, 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 genau. Also der ganze Krieg, der ganze Bürgerkrieg ist, glaube ich, in Universe in den Büchern auch nur knapp drei Jahre lang. Na gut, wenn die weiterhin so eine Vernichtungsrate an den Tag legen, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall ist man sauer und zwar bei Team Grün und bei Team Schwarz. Bleiben wir mal erstmal mit dem Team Schwarz in Drachenstein. Rhaenyra ist ziemlich sauer auf Dämon, weil an ihr bleibt jetzt eigentlich hängen, was er verbockt hat. Und vor allem, weil er ja auch nicht mal irgendwie bereut, ihm ist das ja relativ wurscht. Ja, da sieht man in diesen Folgen noch besonders, wie er eigentlich seinem Thron weiter hinterher trauert, den er ja abgelehnt hat oder den er ja erst gar nicht haben wollte und sich dann selber in die Misere rein navigiert hat. Und das ist eigentlich ein schöner Spannungsbogen oder ein schöner Erzählbogen, den wir über diese drei Folgen haben, wie Daemon, wie so ein beleidigtes Kind rüber nach Harrenhal fliegt und dann trotzdem irgendwie sein Gewissen so langsam damit reinspielt. Ich meine, Daemon, der wird gerade diese Harrenhal-Geschichte, wird noch wichtiger im Laufe der Staffel, wie wir sehen werden. Aber hier ist ein ganz klarer Bruch, der zwischen Rhaenyra und Daemon stattfindet. Und vor allem hat ja Daemon, in einem Buchstaben weniger, in Aemon sozusagen fast sein Spielbild, weil der Aemon hat bei Team Grün mehr oder weniger so ein bisschen eine ähnliche Rolle. Auch so der Fastkönig, aber halt nicht irgendwie so, hat er trotzdem, ist er derjenige, der ein bisschen Hirn hat, also nicht viel, aber wenigstens ein bisschen und so seinen Weg geht und so weiter und so weiter. Also, da sieht man ja auch in der Vision, die ja dann Harrenhal hatte, kommen wir gleich noch zu, was das so zu bedeuten hat, dass sie da durchaus noch ihre Wege zueinander führen. Ich glaube, auch für denjenigen, der das Buch nicht kennt, ist das an der Stelle schon mal ein bisschen, ja, ich will sagen, Drache, ich höre dir Trapsen, ja, also, der ist doch nicht gerade sehr leicht behennt unterwegs, dieses Foreshadowing. Auf jeden Fall hat man ja in beiden Teams, Schwarz und auch im Team Grün, ja auch Misstrauen untereinander. Also, die vertrauen sich nicht nur gegenseitig, nein, die trauen sich auch untereinander nicht über den Weg und was beide Häuser oder beide Teams auch noch vereint ist, die jeweiligen kleinen Räte sind, kannst du alle in der Pfeife rauchen. Ja, ich meine, uns fehlt in jedem Team so eine klare Führung. Rhaenyra hat in Team Schwarz so ein bisschen, ist sie noch in der Orientierungsphase, klar, sagt sie dann... Rhaenys ist so ein bisschen die Person gewesen. Genau, Rhaenys ist diejenige, die das Ganze hochhält, aber Rhaenyra sagt ja auch in der Folge 4 selber noch, ihr sollt mal ein Zögern nicht für Schwäche halten, also, sie versucht ja, da noch was zu verhindern. Sie ist eigentlich noch der ganze moralische Kompass in dem ganzen Konstrukt, ohne dass sie jetzt aber wirklich die Zügel in die Hand nimmt. Und in Team Grün haben wir einfach das Problem, dass wir ein völliges Balk, ähnlich wie Joffrey, an der Spitze haben, der nicht mit sich reden lässt und der denkt, er könnte alles besser, weil er ja in diese Position, weil er jetzt die Position des Königs hat. Ja, diese Joffrey-Parallelen, wenn auch etwas anders, sind einem natürlich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr präsent. Und er hat auch definitiv den gleichen Nervfaktor. Und ich muss ja sagen, auch wieder zum letzten Mal, wo wir die erste Episode besprochen haben. Ich hatte ja gesagt, dass ich nicht so mitgefühlt habe, als der Sohn dann ermordet wurde. Diesen Schmerz habe ich durch die, vielleicht ist es die Darstellung, vielleicht ist es auch der Charakter, habe ich durch Aegon mehr gefühlt als durch Helena. Ja, kann ich mir, ja doch, da bin ich durchaus bei dir vor allem, weil wir ja dann auch, und so sind ja auch durchaus ein bisschen die Parallelen, also sind wir ehrlich, der Martin hat sich jetzt nicht alles nochmal neu ausgedacht, der hat sich gedacht, ach komm, was kam gut an. Der Walk of Shame kam ganz gut an, dann machen wir sowas in der Art, ja, nochmal, nennen das aber dann eben Walk of Grief und dann ist es halt der Trauerzug oder, wie ich es mir hier in meinen Notizen habe, der beste PR-Stunt in Westeros, ja. Seit der Erfindung des verlyrischen Stahls, wenn man nicht wieder die Pfeife auf dem Thron hätte, der dann durch seine Massenhinrichtung aller Rattenfänger gleich wieder mit dem Arsch alles einreißt. Genau, genau. Es ist schon noch auch ein bisschen ein Unterschied zwischen dem, wie sich Aegon im Buch und wie er sich in der Serie verhält. Da ist es zum Beispiel, der tötet selber nicht Blatt, also der, er hat ihn nur gefoltert, er hat ihn nur zu Tode gefallen hat. Ich glaube, er exekutiert ihn nicht persönlich dabei. Und das ist auch noch so ein Unterschied, ich glaube, Cheese wurde auch nie gefangen im Buch und Blatt hat ihn auch nie verraten, sodass der, dass man nicht weiß wirklich, welches Schicksal ihn er ereignet hat. Also er hat ihn nicht wirklich verraten. Hm, okay. Ja, hier ist es ja dann doch relativ eindeutig und da sehen wir auch schon einen Charakter, der ganz kurz mal im Bild ist, nämlich Ulf White. Da gehen wir gleich noch drauf ein, wer das eigentlich ist, weil da sind ja noch so ein paar Side-Charakter, die will ich mit dir auf jeden Fall auch noch sprechen. Ja, also Team Grün ist schon ein Paradebeispiel für so ein dysfunktionales Team irgendwie, ja. Das ist alles irgendwie, der einzig Erwachsene im Raum, ja, ist halt Otto Hohenturm und der fliegt raus. Warum? Weil er dem König mal die Meinung geigt und richtig so, ja, Recht hat er mit jedem Wort, was er sagt. Ich fühle ihn, ja, ich kann ihn sehr gut nachvollziehen. Ich hatte das auch das eine oder andere Mal, mein berufliches Leben, wo es mir exakt wie Otto Heitauer ging, ja. Ja, ich bin auch mal deswegen aus einem, naja, nicht aus einem Projekt abgezogen worden, weil der Kunde dann sagte, ne, also das mit dem, der sagt ja immer die Wahrheit, das geht nicht. Und ja, also ich fühle ihn und bin gespannt, was aus ihm wird, ob er nochmal aus der Versenkung kommt. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, aber jetzt ist der letzte Erwachsene halt auch raus und was der Kraut da macht. Ich meine, man muss ihm ja zugestehen, zumindest bisher in den Folgen drei und vier scheint er ja sein Kriegshandwerk zu verstehen. Aber ansonsten muss man ja ganz ehrlich sagen, seit der Otto weg ist und Alicent nicht mehr allzu viel sagt, ist ja wirklich in King's Landing, also da bist du ja von Idioten umzingelt. Otto Heitauer wurde übrigens auch in den Büchern nie nach Old Town zurückgekehrt. Er ist weiterhin, war er wohl in King's Landing, bis er wieder dann in den Büchern in bedeutender Positionen auftaucht. Aber geht dir das auch so, dass du das guckst und denkst so, mein Gott, der ist ja einer dümmer als der andere? Definitiv, aber das, also erstens kenne ich viel von dem aus dem Buch schon, weil viel daraus angedeutet wurde. Aber ja, wenn man sich vor allem den Christian Cole hier jetzt anschaut, der, da denkt man sich, du bist erstens nur durch Emotionen getrieben und du bist ein ganz schöner Idiot mit einem riesigen Ego dahinter. Das haben sie in der Serie deutlich krasser ausgeschmückt als im Buch, dieses Ego, was hinter dem Christen steckt und dieses vor allem den verletzten Ego weiterhin, der ja auch alles tut dafür, dass Venera zu Fall gebracht wird. Obwohl man ja sagen muss, gerade in Richtung Folge 3 und 4, wo er seinen Felszug da durchführt, scheint er nicht ganz unklever zu sein. Also er wird zwar als eitler V dargestellt, aber seine Kriegstaktik geht zu gewissen Teilen auf. Ja, die geht auf, weil das ist das, was er kann. Aber den heimtückischen Meuchelmord, in dem er da Zwilling 1 auf Zwilling 2 hetzt, den kann er nicht. Das wäre aber natürlich eine gute, aber eigentlich ist es komisch, dass Damon nicht auf die Idee gekommen ist, weil die Idee ist an sich ja gut. Und ich glaube auch, dass Damon die auch besser ausgeführt hätte. Dann hätte das geklappt. Ja. Wer weiß, weil das ist schon ein Pokerspiel, was die da gemacht haben. Und im Buch ist es in der Tat auch eher Zufall gewesen, dass die Brüder sich überhaupt über den Weg gelaufen sind. Hier haben sie ja noch ein paar weitere Player mit reingebracht. Und zwar die, wie heißt sie nochmal, die Sklavenhalterin. Ich will immer Melisandre sagen, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ja, Misaira, ja. Im Buch laufen sie sich eher über den Weg. In der Serie lassen sie nicht ganz den Zufall walten. Und was natürlich auch dann für die einfach das Besondere nachdenken, das Besondere Handeln von Rhaenyra spricht, die sich durch die Gnade für Misaira in der Serie quasi selbst rettet. Und ich meine, der Kraut entsorgt ja den Zwilling 1 ja nur, weil er halt sieht, dass der ist der Einzige, der was arbeitet. Diese Königsgarde war schon unter Kraut ein ziemlicher Witz. Und nachdem der weg ist und jetzt da die Spätzle vom Egon drin sind, ist das ja, also ist ja der Comic Relief. Wobei das ja ganz, ganz, ganz nett ist. Aber nochmal ganz kurz zu dem Walk of Grief, diesem Trauerzug. Hattest du auch irgendwie die ganze Zeit so diese Angst, dass sie es wirklich auf die Spitze treiben und der Kopf runterfällt von dem Kind? Ja, ich habe es auch in der Tat verwechselt mit irgendeinem Ereignis im Buch, wo wir noch einen Mob haben, der irgendwen lüncht. Das ist ein Mini-Spoiler, aber ich habe jetzt nicht gesagt, wer dann noch gelüncht wird. Ich dachte, die Stelle kommt schon vorher. Okay, nee, ich hatte die ganze Zeit so, die kommen, die setzen jetzt noch einen drauf und quälen die Mutter noch damit, als dieser Wagen da stecken bleibt und man die Kinderleiche von oben sieht und der Kopf so wackelt und nur so angenäht ist. Da ist so, oh nee, komm, das macht der jetzt nicht wirklich, ihr lasst jetzt nicht nur den Kopf da runterfallen. Das wäre jetzt echt aber heftig gewesen. Vielleicht ging es ja jemand da draußen auch so, dann schreibt uns doch mal das Ganze. Ja, es war eine Folge, die schon wieder neugierig und Lust auf mehr gemacht hat. Ja, ein bisschen Kommissar Zufall war natürlich dabei. Hast du abgekauft, dass sich dann Zwilling 2 das Leben nimmt, weil er seinen Bruder gekillt hat? Kann man so machen, oder? Ja, das ist dieses typische, man weiß jetzt nicht wirklich, wer am Ende überbleibt. Überbleibt, das ist ja doch das Problem. Okay, danke, dann ging es ja auch so. Okay, alles klar. Okay. Hätte man ihm auch nicht vertrauen können, also so wie es gefilmt wurde, im Buch hält Eric noch ein paar Tage durch, bis er drauf geht. Also der Kampf ist auch durchaus, es variiert sich, weil das Buch ist ja weiterhin aus dieser Masterperspektive geschrieben oder aus Geschichtsperspektive, wo man nur Hörensagen gehört hat. In manchen Stellen wird, glaube ich, gesagt, der ist ein paar Stunden und in Wirklichkeit hätte der Kampf nur Momente gedauert und der Eric ist quasi mehr Tage später an seinen Verletzungen gestorben. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, also von daher war das Bild ab in der zweiten Folge dann doch schon enorm. Und dann würde ich mal sagen, wenn du dazu nichts machst, springen wir doch mal in die dritte Folge, The Burning Mill. Eine Sache, die mir vielleicht noch aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte, da sollten sie vielleicht noch ein bisschen sich an der Struktur der Episoden ein bisschen unvorhergesehen da reingehen, weil wir haben jetzt wirklich jede Episode, hat ein ziemlich langes Bild ab und am Ende, in den letzten 10 Minuten oder in den letzten 20 Minuten passiert erst das Richtige, Wichtige für diese Episode. Klar werden alle die Schachfiguren gesetzt, aber was haben wir hier in Rhaenyra the Cruel ist das Duell am Ende. In The Burning Mill haben wir die Begegnung von Alicent und Rhaenyra und in The Red Dragon and the Gold haben wir am Ende die große Schlacht. Es wird ein bisschen, also die Struktur wird auf jeden Fall vorhersehbarer, als ich es mir wünschen würde für diese Serie. Ja, aber jetzt hast du ja eine Struktur, die vorhersehbar ist. Sie gefällt dir nur nicht. Ja, sie gefällt mir. Also man kann es auch zwischendurch machen und dass wir mehr von diesem Inner-Episode, auch von diesem Aftermaths mitbekommen, obwohl dieses Jahr teilweise auch schon in der letzten, in der vierten Episode so durchmachen, wo man ähnlich wie bei der Herr der Ringe denkt, bei jeder schwarzen Blende plötzlich ist die Episode vorbei. Ja, das war wirklich so ein Ding in der vierten Folge, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Ah ne, jetzt ist es vorbei. Ah ne, jetzt ist es vorbei. Ah, jetzt ist es vorbei. Und dann, als ich schon gar nicht mehr gerechnet habe und ich habe die ganze Zeit so den Finger auf der Fernbedienung gehabt, um so mal auf den OK-Knopf zu drücken, um zu gucken, wie lange die Folge eigentlich noch geht. Da habe ich es ja dann verkniffen, weil ich dann er komme, lasse ich mich mal überraschen. Ja, lass uns mal in die Folge 3 springen. The Burning Mill. Und es lohnt sich übrigens auch für alle die, die vielleicht immer den Vorspann skippen. Macht es nicht, denn erstmal ist die Musik immer, kann man immer hören. Das ist so einer von diesen Vorspannen, den lasse ich immer laufen. Aber der Teppich verändert sich auch. So ist zum Beispiel dann bei The Burning Mill schon der Tod von J. Harris und auch die Hinrichtung aller Rattenfänger auch schon eingearbeitet. Beziehungsweise wird dann in diesem Vorspann eingearbeitet. Ja, ich skippe, also das ist einer der Serien, wo ich den Vorspann nie skippe, weil ich eigentlich nicht genug davon kriegen kann. Ja, also es geht los mit einer kleinen tödlichen Rempelei in den Flusslanden zwischen dem Haus Bracken, die gehören zum Team Black, und dem Haus Schwarzholz, Blackwood, die gehören zum Team Grün. Und wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht, ob es die zwei gleichen sein sollen, aber wir hatten diesen Kampf schon mal in der ersten Staffel, als noch die ganzen Häuser um die Hand von Rhaenyra angehalten haben. Da waren diese zwei Kinder, die sich gestritten haben. Vielleicht erinnerst du dich noch. Ja, so vage. Ich müsste wirklich die erste... War jetzt auch nur eine Randepisode einer Randepisode. Aber man bekommt ja im Vorspann gut genug mit, oder beziehungsweise nach dem Vorspann kriegt man gut genug mit, was für Animositäten zwischen diesen beiden Häusern da sowieso herrschen. Und dass scheinbar niemand von oben drauf die Hand drauf hält. Oder halten kann. Blackwood haben sie übrigens mit Schwarzhaien übersetzt. Nicht Schwarzholz. Okay. Und auch nicht mit Schwarzwald. Ja. Okay. Und naja, wie es so kommen muss, that escalated quickly. und wir sehen schon mal einen kleinen milden Vorgeschmack auf das, was dann eigentlich jetzt kommt. Und das ist ehrlich gesagt was, wo ich glaube, da würde... Ich glaube, das gab es bei Game of Thrones noch nie, ne? Naja, doch. Wir haben ja bei dem Ur-Game of Thrones haben wir immer die Karte gehabt. Ja. Und durch die Karte und wo die Häuser waren, hat man gerade auf diesen ganzen Reisen, wer da wo sitzt, durchaus immer ein ganz gutes Gefühl dafür gekriegt, wo man gerade ist. Und das, obwohl ich jetzt eigentlich halbwegs die Karte von Westeros so ein bisschen im Kopf habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war jetzt, während ich die Folge geguckt habe, schon ziemlich lost und musste mir das jetzt im Nachgang dann nochmal auf so einer Karte angucken, wer eigentlich jetzt gerade wie, wo, wohin ist. Da hätte ich ihr ehrlich gesagt gewünscht, dass sie in den Ratsszenen, wenn sie sowieso schon die ganze Zeit vor der Karte hocken, das ein bisschen prominenter ins Bild hängen, damit man da einfach mal ein bisschen folgen kann, wenn sie halt schon keine Kartenüberblendungen machen, wie jetzt bei Indiana Jones. Ja, da setzen ein bisschen zu sehr das Vorwissen von Game of Thrones voraus, auch zu wissen, wo, wo the Trident ist. Ja, und vor allem jedes Furchtshaus, ne? Also. Ja. Ja. Okay, man muss mitdenken als Zuschauer. Das ist vielleicht gar nicht so, so verkehrt. Aber ist die Frage, ob hier viele Zuschauer dabei sind, die Game of Thrones nie geguckt haben, oder ob es zwangsläufig die Core Demographic hier alle sind, die Game of Thrones geguckt haben und wir nur den Anteil davon mitbekommen. Nee, ich glaube, da sind schon viele dabei, die Game of Thrones geguckt haben, aber die das einfach nur einmal geschaut haben. Dann haben sie natürlich wie Millionen andere Menschen unserem Podcast dazu gehört. Aber das ist halt auch schon fünf Jahre her, aber das haben die jetzt alles vergessen. Und seitdem haben sie es halt nie wieder geguckt. Das heißt, die erinnern sich halt noch einfach noch, irgendwie war Sean Bean dabei und hat das gemacht, was Sean Bean macht, also sterben. Und dann wissen sie noch, you know nothing, Jon Snow, und irgendwie sowas mit einer Mauer. Ja, und Drachen. Ja, ja. Und Ende war kacke. Und da war noch so, da war noch so ein Hobbit. Ach nee, das war ja gar kein Hobbit, das war ja ein anderer Zwerg. Also so ungefähr auf dem Level musst du es dir vorstellen. Ja, ja. Und viel mehr wird da nicht sein. Dann weiß man vielleicht noch, dass ein oder andere, wer Star Trek guckt, sagt, ach guck mal, Dr. Bajir war auch dabei, ja. Und wer Star Wars guckt, sagt, ach ja stimmt, den Jaron der Mandalorian auch. Auf dem Level ist, glaube ich, das mache ich jetzt überhaupt nicht abwerten gegenüber den Zuschauern. Und es sind ja nicht alle so bekloppt, geekig, nerdig, wie wir das sind. Und ich glaube, die meisten sind vom Wissenslevel her auf dem. Ich habe das mal geguckt, das war ganz nett, da war ein Drache, jetzt sind da mehrere Drachen, dann kann es ja nicht schlecht sein, da gucke ich jetzt mal. Brigitte, guckst du mit? Ja, Karl-Heinz. So wird das das meiste sein. Ja, es ist ja auch spannend, wenn es dann irgendwann mal Sache geht, dann macht es ja auch Spaß, einfach nur 20 Minuten Action zu haben. Ja, ich meine, du kannst dem ja auch folgen, wenn du die ganzen Häuser da jetzt nicht alle auf dem Schirm hast, ja. Aber es hilft, glaube ich, oder andersrum, es tut dem Spaß keinen Abbruch, wenn man natürlich ein bisschen was weiß über Harrenhall. Und ich finde, wir sollten jetzt mal über Harrenhall reden, weil das ja die eine der zwei großen Plotpoints in der dritten Folge war. Und Harrenhall hat ja eine ganz besondere Geschichte, ist ja eine der größten, wenn nicht sogar die größte Burg von Westeros gewesen. Ja. Und wurde dann irgendwie eingeschmolzen. Genau, der Aegon the Conqueror hat, nachdem die Herren von Harrenhall sich darin verschanzt haben und sich nicht ergeben wollten, hat der quasi die Burg niedergebrannt. Und deshalb ist sie, auch jetzt zu diesem Punkt sieht sie schon so verwüstet aus, wie sie auch in Game of Thrones schon verwüstet war. Und letztendlich ist sie auch irgendwie verflucht, soll auch ein Flug auf der Harrenhall selbst sein, aber es ist, Harrenhall ist eine der größten Burgen oder die größte Burg in Westeros überhaupt, die alles andere in den Schatten stellt. Aber es ist auch die tragischste Burg in dem ganzen, in der gesamten Geschichte. Und letztendlich hat man immer das Gefühl, dass irgendwelche Geister durch die Hallen von Harrenhall ja irren. Und aktuell ist sie im Besitz vom Haus Strong respektive Kraft. Genau, genau. Der, das ja auch schon deutlich dezimierter ist, dank Larry Strong selber. Ja. Und Kastellan ist Sir Simon Strong. Der wird übrigens gespielt von Simon Russell Beale, um genau zu sein, das ist sogar Sir Simon Russell Beale. Den könntet ihr vielleicht gesehen haben, als, ich glaube, er war eine der Götter bei Thor Love and Thunder. Da fragt mich jetzt nicht welcher, irgendwie so Dionysos oder sowas. Der hat in Penny Dreadful 13 Folgen gespielt, der hat in Spooks in 13 Folgen mitgespielt. Er hat relativ viele Preise auch in England eingeheim. Es ist ja dann wahrscheinlich nicht ganz umsonst ein Sir geworden. Ja auch schon ein Sir. Und der hat in einem Film mitgespielt, den wollte ich euch sowieso mal ans Herz legen, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Ich glaube, den gibt es bei Netflix. Müsst ihr mal gucken. Und zwar ist das The Death of Stalin. Eine Verfilmung einer Graphic Novel um den Tod von Stalin, aber schon so als sehr bitterböse Satire und Komödie mit einer richtig guten Besetzung mit Steve Buscemi, Michael Palin, John Isaacs ist dabei und eben auch besagter Sir Simon Russell Bale. Von daher zieht euch mal Death of Stalin rein. Ich weiß nicht genau wo, bin ich ganz sicher, entweder Amazon oder Netflix oder Disney. Ihr werdet es schon finden, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ja, und da kommt er also jetzt der Damon an und der Simon Strong übergibt Harrenhal ja ehrlich gesagt ziemlich kampflos, aber mit was will er denn noch kämpfen? Ja, was machst du auch hier, da ist ein Haus, was gegen das andere kämpft und dann kommt einer mit dem Drachen an und dann sagt ja, machen wir jetzt nicht, machen wir jetzt nicht. Genau, machen wir jetzt nicht. Und wir lernen aber ein paar Charaktere neu kennen, Alice Rivers, über die wir gleich noch sprechen werden und was mir auch aufgefallen ist, der Damon will jetzt hier nicht mit Mylord angeredet werden, sondern your grace, euer Gnaden. Was ja schon auf das zurückgeht, was wir eben schon gesagt haben, dass Damon eigentlich auch nur mit Danyra zusammen ist, um irgendwie einen Anspruch auf den Thron weiterhin zu haben und wahrscheinlich auch weiterhin nur auf seine Gelegenheit wartet, irgendwie als Thronfolger dann doch noch den Thron besteigen zu können. Aber es ist alles nicht so einfach, wie er sich's vorstellt und deshalb ist er die meiste Zeit in dieser Staffel eher eine beleidigte Leberwurst. War er ja auch schon in Staffel 1, aber hier noch gefühlt deutlich krasser. Ich frag mich halt, ob da Matt Smith nicht massiv unterfordert ist, irgendwie so ein bisschen. Oder? Ja, die Art von Charakter kann er schon wirklich gut spielen. Ja, aber wenn du halt einfach seit 12 Folgen und dann 16 Folgen, je nachdem wie lange er noch lebt, nichts anderes machst, das wird ja irgendwann langweilig, oder? Weiß ich nicht. Es ist noch nicht das Ende von Damon, sagen wir mal so. Ja gut, davon gehe ich mal aus. Dann wird uns eine neue Charaktere eingeführt, nämlich Alice Rivers. Und ich sag mal so, da scheint so ein bisschen, gehe ich da zu weit, wenn ich sage, das ist so ein bisschen die Melisandre von House of the Dragon? Ein klein wenig. Ihr wird nachgesagt, dass sie eine Hexe ist in Büchern, auch in den Büchern auch alles nur Andeutungen davon. Ich sage hier auch nur wieder, sie wird, wenn sie nach den Büchern gehen, deutlich bedeutender sein, nicht nur für Damon, sondern auch für seinen unehelichen Zwilling Aemon. Okay, ja, also ich meine, da macht sie ja schon eine Menge Andeutungen. Übrigens wird sie gespielt von einer Schauspielerin Gail Rankin. Sie kommt aus Schottland und ihr habt ihr in der einen oder anderen Netflix-Show vielleicht schon mal gesehen, nämlich in Glow. Sie hat bei Perry Mason mitgespielt, sie hat bei Blow the Man Down und Climb mitgespielt. Ich glaube, das bekannteste müsste jetzt eigentlich House of the Dragon und auch Bad Things gewesen sein, da hat sie die Rufie gespielt. Also ist eher bisher so, jetzt außer Glow, eher so ein bisschen als Nebencharakter aufgetreten. Ich bin gespannt, wo es hier noch hingeht. Ich sag mal so, das Foreshadowing war ja schon in your face. Ja, doch schon so ein bisschen. Und mit Melisandre hast du vielleicht nicht ganz so Unrecht, weil in den Büchern wird sie als jung aussehend beschrieben, ist aber deutlich älter, müsste aber deutlich älter sein. Also da geht auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Aha, okay, interessant. Auf jeden Fall hat der Damon ja Träume oder Visionen oder ist es der Fluch von Harrenhal? Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Er kriegt ja auch einen Trank von der Alice. Aber was hat denn da der Damon? Sind das Träume, sind das Visionen, ist das einfach nur ein Fluch? Ich meine, er sieht sich ja dann fast selber wie einst Luke auf Dagobah. Also es ist ja eigentlich so fast eins zu eins die Szene, außer dass er jetzt nicht noch gegen sich selbst gekämpft hat. Ja. Und ich sag mal so, dadurch, dass er dann auch eine Augenklappe trägt, ich weiß gar nicht, ob es die gleiche Augenklappe war, wie jetzt Eamon hat, Eamon, Damon, Damon, Eamon, Potato, 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 Also auch ich derjenige, der die Bücher jetzt nicht kennt, ich sag mal so, der Clash der beiden ist wohl unausweichlich. Die Geschichte möchte es so, das Schicksal will es so. Ich sage nur ja. Ich sage nur ja, weil alles, was ich weiter sagen würde, wäre auch, wir können drüber reden in dem Moment, wenn es wieder wichtig wird, aber ich würde hier quasi von der Geschichte immer noch spoilern. Alles gut, ich kaufe ein E- und böse Bratwurst, kein Problem. Ja, also von daher, da bin ich, ich habe mich nur gefragt, wenn er an dem Baum endet, ob er dann am Ende am Baum baumelt oder ob er von dem Baum erschlagen wird oder irgendwie von dem Ast aufgespießt wird. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass der am Galgen baumelt. Nee, der wird da nicht aufgeknüpft werden, das glaube ich nicht. Nein, nein, aber Eamon und Damon ist schon, ist schon passend. Ist schon so ein Ding, ne? Ja, okay, alles klar. Ja, ist das jetzt, wird sowas näher erklärt in den Büchern, ob das jetzt Träume, Visionen, Fluch oder einfach nur Halluzinationen sind oder irgendwas Eingeges? Nee, also das ist, nee, 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 also es wird nicht direkt erklärt, weil auch hier wieder die Bücher, die beschreiben nicht das Innenleben der Charaktere. Also dadurch, dass es Geschichtsschreiber sind, die hier drüber schreiben, dann sagen sie nur, dass Damon da war, aber sie schreiben nicht direkt über diese Träume oder diese Visionen, die er hat, weil Damon natürlich gegenüber Schreibern oder anderen nie zugeben würde, dass er diese Schwäche hat. Also das ist schon etwas, was die Geschichte hier mit rein in der, ganz klar stellt, weil wir natürlich nicht aus der Geschichte, aus der Perspektive eines Geschichtenerzählers drauf schauen, sondern bei den Charakteren direkt dabei sind. Also das ist viel, was die Serie hinzu dichtet, was aber auch nicht unwahrscheinlich mit der Geschichte von Harren Hall und Alice Rivers und so ist. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber es gibt ja jetzt kein, darauf wollte ich eigentlich hinaus, also in den Büchern wird jetzt kein, es wird, das war ja bei den anderen Game of Thrones Sachen auch nicht, da habe ich die Bücher gelesen, es gibt jetzt kein göttliches Eingreifen, was irgendwie angedeutet wird, außer von irgendwelchen gläubigen Menschen, die halt da rumlaufen. Nee, also es gibt schon genug Charaktere, die Verbindungen mit der Mystik haben und auch sowas wie Visionen und Prophezeiungen verkünden, die sind dann aber auch als eher Prophezeiungen aufgeschrieben, als hier The Prince That Was Promised und ähnliche Sachen, so sind die dokumentiert, aber es ist weiterhin vage genug gehalten, dass man nie wirklich sagen konnte, es ist Magie, sondern die Geschichtenerzähler in den Büchern, ist einer, einmal ein Meister, der das alles aufschreibt und ein Meister, der Hörensagen von einem Zwerg namens Mushroom mit aufschreibt, der wohl ein Diener in der Ecke, in der Zeit war und viel aus eigener Perspektive mitbekommen hat, also viel von diesem Hörensagen in der ganzen Welt kommt von den Berichten des Zwerges Mushroom. Ah, okay. Gibt's denn da Zwerge, also so Zwerge-Zwerge oder sind damit einfach nur kleinwüchsig? Nein, also kleinwüchsig. Okay, alles klar. Ob ich's jetzt richtig übersetzt hab, er ist ein Kleinwüchsiger, er ist halt der Dwarf, ähnlich wie Tyrion, ist der Mushroom kleinwüchsig. Okay. Ja, weil das ist so ein Ding, das ist bei Game of Thrones in dem Universum ja noch so ein bisschen auf der einen Seite gibt's dann so fabelartige Wesen, dann ist es aber doch wieder sehr realistisch, in Anführungszeichen, dann hast du Drachen, dann hast du dieses Waldvolk, also es ist so, also manchmal hab ich, das ging mir auch bei der alten, bei der alten Serie schon so, da hatte ich manchmal das Gefühl, okay, die kann sich nicht so ganz entscheiden, gerade gegen Ende hin, was es jetzt sein will, was natürlich auch an der Buchstelle Buchvorlage liegt, aber ich fand, im Buch ist es nie so rübergekommen, das war mehr Mittelalter mit Drachen, okay, aber alles andere war maximals so angedeutet, weißt du, was ich meine? Das war jetzt kein Herr der Ringe, wo es definitiv andere Spezies und Völker gibt, die grundverschieden sind, Orks, Hobbits, bla bla. Deshalb sage ich, Hörensagen ist viel bei diesen Geschichten, die Kinder des Waldes und ähnliche Dinge, Children of the Forest und die Altvorderen und sowas, von denen wurde immer wieder erzählt und es wurde immer wieder angedeutet und wenn wir es nicht aus einer direkten Perspektive von einem Charakter mitbekommen in Game of Thrones, wo ja auch viel dann, wir nicht unbedingt auf die Perspektive immer vertrauen können, auf die Eindrücke, die uns da mitgeteilt werden, dann sind es, ist es in den Büchern bisher, hat die Geschichte sehr viel von Andeutungen gelebt und auch alles, was wir hier mitbekommen, alle die Dokumente, die später aufgeschrieben wurden, sind halt Geschichtsschreibungen, sind Legenden, sind Mythen, die aufgeschrieben worden sind, ähnlich wie wir es vom Mittelalter haben, dass irgendwelche Drachen und Zauberer unterwegs waren, das hat irgendwer mal aufgeschrieben, ohne dass wir jetzt einen Tatsachenbericht, einen konkreten Tatsachenbericht haben und dadurch, dass Wins of Winter immer noch auf sich warten lässt, haben wir auch nicht in allen Fällen eine Bestätigung durch George R. Martin direkt, also es ist Dance of the Dragons oder Dance with the Dragons, vieles ist ja weiterhin auch da nur Andeutung, auch wenn man so The Others hat, die durchaus mal auftauchen und wenn man irgendwie einen Kampf hat, wo man vor diesem anderen flieht, mitten im Wald und ähnliche Dinge, ist es selten, dass Magie so direkt vorkommt bei George R. Martin. Mhm, ja, ja. Also, Harrenhal war der eine Plotpoint, wir werden sehen, wohin uns das führt, der zweite ist natürlich alles rund um Rhaenyra und die Rhaenys, die schickt also die Rhaenyra mehr oder weniger indirekt nach Königsbund, um doch nochmal mit der Alicent zu sprechen, so von Schwester zu Schwester, ja, ob da noch irgendwie vielleicht doch noch ein bisschen was geht, ja. Vorher schafft sie aber noch die Drachen, die noch verblieben sind in Sicherheit, über die Drachen werden wir gleich am Ende auch nochmal sprechen und da sehen wir, es gibt noch vier Eier, die werden in Pentos in Sicherheit gebracht und da haben die Showrunner bestätigt, drei dieser Eier sind definitiv die Eier, aus denen dann später Daenerys ihre drei Drachen hervorbringt. Ja, in Büchern sind es auch direkt in der Tat drei Eier und nicht vier. Okay, also bleibt noch ein Ei übrig, wir sind gespannt. Es gibt ja eh viel mehr Drachen, dazu aber später nochmal mehr. Also die Raenys schickt die Rhaenyra mal nach Königsbund und ja, das ist natürlich ein sehr wagebutiger Plan, weil die könnte ja sehr leicht auffliegen, aber tut sie nicht und dann treffen sie sich in der Septe und ja, es geht dann aber auch gehörig schief, weil auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir ging, die waren auch schon Beyond-Verhandlungen. Also die wollten auch gar nicht mehr. Das hat sich ja jetzt auch dann in der vierten Episode bestätigt, dass Rhaenyra zurückgekommen ist und gesagt hat, ja, mir wurde nur bestätigt, was ich gefürchtet habe am Ende und jeglicher sexueller Subtext, der da zwischen den beiden war, hat sich durch die Verabschiedung wieder erledigt, weil jeder ist eifersüchtig auf den anderen. Ja und mal, aber ich meine, ernsthafte Verhandlungen waren das ja nicht, es kommt auch nie mal einer auf die Idee mal zu sagen, ja, lass uns doch mal eine Doppelspitze machen. So basisdemokratisch grün ist nicht in Westeros, hätte man ja mal machen können. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, da kommen die gar nicht auf die Idee. Es gibt den König, die Königin. Exakt. Du hast höchstens mal, wenn kein König da ist, hast du hier die Small Councils, die dann zwischendurch regieren oder die Vertreter, die Hand des Königs in der Richtung, wenn der König nicht mehr in der Lage dazu ist. Aber ansonsten hast du den alleinigen Herrscher, der da vor allem steht. Es wäre doch mal ein spannendes Konzept für das Mittelalter gewesen. Ja, mal so ein Doppelkönig, ja, hätte, also bestimmt, man könnte ja auch mal irgendwie so kommen, die Menschheit ploppt sich eh wegen irgendwelchen unsichtbaren Männern irgendwo im Himmel. Die könnten doch auch mal so eine Doppelspitze machen, ne, dann kommt da mal so der Jache zu dem Gott und zum Aller und sagen, hey, komm, bleiben wir hier in der Triumvirat machen, sitzen wir uns alle drei neben da. Aber dann prügeln die sich, wer in der Mitte sitzen darf. Ne, das geht auch wieder schief. Aber, ne, weil ich ja darauf hinaus will, dass die Alice sind ja noch eine letzte Chance hatte, als ihr das Missverständnis ja wirklich klar wird. Aber sie sagt, nee, komm, das zieht jetzt durch. Das fand ich spannend, das fand ich spannend, dass sie jetzt von diesen Selbstzweifeln geplagt ist, weil sie merkt, da habe ich scheinbar Mist gebaut oder das habe ich falsch interpretiert. Ich bin mir gar nicht mehr mal sicher, ob das so in den Büchern noch rübergekommen ist. Wie gesagt, ich habe diese lange Fassung nie wirklich mir komplett durchgehört. Müsste ich mal machen, ob es in den Zwischenzeilen da zu sehen ist. Aber hier als Charakter sieht man ja schon, wie sie die Begegnung, wie die Begegnung mit Rhaenyra schon in deutlichen Selbstzweifeln hinterlässt und auch allein durch die Szene, wo sie nach den Büchern sucht oder nach den Büchern fragt, zeigt, okay, was habe ich da angerichtet? Auch wenn ich jetzt nichts mehr ändern kann, möchte ich doch wenigstens wissen, was die Wahrheit dahinter ist. Ja, ganz genau, die Bücherszene, wo sie dann erst dachte, dass der Egg und die alle verbrannt hat. Hätte man ihm zutrauen. Hätte man ihm zutrauen können. Ja, auf jeden Fall. Hätte man ihm zutrauen können. Und ich meine, er ist ja sonst hoch, leicht beeinflussbar, denn der Laris, der hat ihm ja auch schon ins Ohr geflüstert, dass man im kleinen Volk und so weiter dann eigentlich schon der Meinung ist, ja, eigentlich will ja die Alice gar nicht, dass er König ist, sondern sie hätte ja lieber niemand anderes auf dem Thron. Und das ist auch sehr wichtig, weil das nämlich in der nächsten Folge dann durchaus zu einer Kurzschlusshandlung führt. Denn da eigentlich wollte der Egg und ja schon losreiten mit seiner schicken valyrischen Stahlrüstung, aber dann hat ihn die Alice noch einmal von abgehalten. Aber in Folge 3, Folge 4, schafft sie es dann nämlich nicht mehr. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zur Folge 4. Na ja, in Folge 4 ist sie ja eigentlich schon dafür verantwortlich, dass er keinen Bock mehr hat und dann drüber reißt. Also sie ist ja, ist ja schon wieder der Auslöser für das Unheil, was einerseits das Königreich befällt, aber andererseits natürlich auch ihre Verwandtschaft. Ja, absolut. Folge 4, der Red Dragon and the Gold, der rote Drachen und der goldene. Ja, man sieht erstmal den Zerkraut bei seinem Tagwerk, was er ja durchaus beherrscht, zumindest gegen die kleinen Häuser, legt er ja einen Erfolg nach dem anderen hin, so ein Winning, so ein Killing-Streak sozusagen und der Aegon fühlt sich halt zu Hause ziemlich nutzlos, weil er halt sogar, ich meine, er ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber sogar er kriegt ja mit, dass irgendwie alle an ihm vorbei entscheiden und das war so ein schönes Gespräch, dass seine Mutter fragt, was soll ich denn tun, Mutter? Und sie so, gar nichts. Das, was von dir erwartet wird. Genau. Und sie setzt sogar einen drauf, sie hatte gehofft, dass er ein halb so, wenigstens ein halb so guter König wie Viserys wird, aber nicht mal das schafft er. Ja, das ist schon heftig. Ja, definitiv. Ich meine, er hat sich auch viel selber zuzusprechen und man muss zu seiner Verteidigung sagen, er hat ja auch in Staffel 1 oder vorher versucht, aus der ganzen Geschichte rauszukommen und hatte gar keinen Bock gekrönt zu werden. Jetzt steckt er halt in der Scheiße da fest. und dass er nicht aus seiner Haut kann, das haben wir ja auch, das ist noch ein Teil, den wir in der letzten Folge vergessen haben, dass er ja auch für sein eigenes Unglück mehr oder weniger in dieser Folge verantwortlich wird, dadurch, dass er Ament durchaus wieder kränkt und beleidigt. Ja, das stimmt allerdings. An der Stelle kurzer Gleichberechtigungs-Funfact, ja, also die Zeiten, wo jetzt nur die Damen nackig und breitbeinig rumlaufen, sind vorbei. Nein, ja, der vollzusehende Blowjob ist jetzt auch bei HBO angekommen. Es wundert mich, dass ich keinen Pin eingeben musste vorher. Ja, also, es stimmt, war das ein, jetzt hatte ich mich, ich habe mich in der Szene noch gefragt, als ich es gesehen habe, war das jetzt ein, war das jetzt ein Set-Ding, kein echter, an dem die Glutsch hat. Also, das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob sie da irgendeinen Latex teilgenommen haben, aber es war jetzt auch wichtig. In Latex, genau, genau, das sah nämlich eher danach aus. Ja, ja gut, okay, aber das ist ja, es ist ja auch keine echte Waffe und trotzdem wird das ja da, also es ist ja impliziert, also es war jetzt schon explicit explicit, also so weit sind sie jetzt noch nie gegangen. Ich meine, ist ja fair enough, also warum sollen nur die Mädels nackig da rumrennen? Definitiv, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob man, also ich fand es schon krass, dass sie, ich dachte in dem Moment, ich habe überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, bis du es eben erwähnt hast, dass sie da einen richtigen Blowjob gezeigt haben, was ja schon extrem ins Pornografische reingehen könnte, wenn es echt gewesen wäre. Vielleicht ist das der Trick an der Sache. Keine Achtung, würde man damit durchkommen? Keine Ahnung. Aber wenn es Kunst ist, hat man das nie gesehen. Natürlich nicht. Aber wenn es Kunst ist, dann geht es sogar auf Arte durch. Da kam irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht, ob das, das war jetzt nicht Akira Kurosawa, aber da kamen irgendwann mal so japanische Arthouse-Filme auf Arte oder so. Nachts um, war gar nicht mal nachts, war um zehn, halb elf oder so. Und einer davon war definitiv auch schlicht und ergreifend einfach nur ein Hardcore-Porno. Aber der war halt in Schwarz-Weiß und hatte komische Kamerawinkel und deswegen war das Kunst. Man kann es auf Arte laufen. Hat nicht dieser eine Regisseur, irgendein dänischer Regisseur oder so, der auch immer gerne sehr explizite Szenen zeigt und dafür auch... Ach ja, der... Lars von Trier. Lars von Trier war das, ja. Richtig. Ja, ab und zu schaffen es ja so Explicit-Filme dann mal ins Kino, also Nymphomaniac 1 und 2 war sowas, habe ich aber nicht gesehen. Dann gab es noch so einen französischen Film, Bézmoin, der so ein bisschen Thelma und Louise, nur in drastischer, ganz grob. Und dann gibt es... Oh, den habe ich irgendwann mal, da habe ich irgendwann mal, lief der im Fernsehen, da habe ich irgendwann mal reingeschaut. Der ist hart, der Film. Der ist echt... Der ist übel. Der ist übel, ja. Und der übelste Film, den ich definitiv noch nie, also den werde ich auch nie in meinem Leben zu Ende gucken, außer vielleicht auf meinem Sterbebett, weil nachher ist es mir egal, irreversible. Okay. Das ist ein Film, der wird rückwärts erzählt und der beginnt mit einer wirklich krassen, ultrabrutalen, also auch für heutige Maßstäbe, wo man schon bei Game of Thrones und Narcos und alles gesehen hat, immer noch extremen Mordszene, wo sich einer rächt. Das Ganze ist aber gefilmt durch eine Kamera, die sich permanent in der senkrechten um 360 Grad dreht. Also praktisch stell dir deine Handykamera vor und dreh sie die ganze Zeit um 360 Grad, aber immer die Frontkamera dreht sich also mit, also du drehst jetzt nicht, dass das Bild sich auf den Kopf, also du hast jetzt nicht die Kamera objektiv und drehst das objektiv sozusagen, sondern du drehst die Kamera, die komplette Kamera um sich selber. Weißt du, was ich meine? Sodass du praktisch als Zuschauer immer einen Purzelbaum machst. Ja? Ja. Genau, exakt. Und das Ganze halt nicht irgendwie langsam, sondern richtig schnell. Das wird, der Gag ist, dass diese Umdrehung, je länger der Film läuft, immer langsamer wird. Sodass du am Ende sozusagen einen normalen Film hast, der nur rückwärts erzählt ist. Aber das ist völlig krank und völlig schräg, diese Vergewaltigungsszene und alles ist also echt völlig hardcore. Ja, da hört es für mich auch auf. Das ist schon klar, hat sicherlich das auch irgendeine Berechtigung in der Kunst, solange es nicht verherrlichend ist, sondern in Horror das Ganze so zeigt. Aber das ist mir dann eine Spur zu hart. Das war, glaube ich, auch bei Best of War, eine Vergewaltigungsszene, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt ist für mich da genug. Das ist definitiv nicht mein Kink. Ja, ich kann auch mit so Torture-Porn-Kram nichts anfangen, so Hostel und so. Das ist alles nicht so weit. Da gucke ich mir lieber... Aber wenn wir gerade schon in der Ecke von extremen Videos sind, das muss ich mal ganz kurz reinhauen. Beverly Hills Cop habe ich gesehen, ja, den vierten Teil. Nee, hat jetzt nichts mit dem Thema hier zu tun, aber ich muss einfach gerade dran denken, weil ich es die letzten Tage gesehen habe. Kennst du die Darien Gap? Nee, sagt richtig gar nichts von mir. Das ist ein Landstrich zwischen Kolumbien und Panama. Und es gibt ja diese riesige Panamerika, die durch ganz Südamerika geht, die Strecke von Norden bis Süden. Und das ist der einzige Landstrich, wo es nicht durchgeht. Und man hat nur einen Dschungelabschnitt, durch den man zu Fuß wandern kann oder man kann Schiff oder Flugzeug nehmen. Und dieser Dschungelabschnitt ist von Kartellen und Mafiosi und von Guerillas und von Einheimischen so besetzt, dass es quasi fast ein halbes Todesurteil ist, dass du da durchläufst. Und in den letzten Jahren sind extrem viele Migranten aus der Ecke von Venezuela und so in den Norden hin, damit die zu den USA kommen, dadurch gewandert, sodass, glaube ich, pro Monat irgendwie mehrere tausend Leute mittlerweile durch diesen Dschungel gehen. Und frag mich nicht, wie. Durch irgendeinen Zufall bin ich bei YouTube auf ein Video gekommen von einem griechischen YouTuber und einem britischen YouTuber, die zusammen diesen Darien Gap, also die haben sich unter Migranten geschmuggelt, haben so getan, als wären die russische Flüchtlinge, die aus irgendeinem Grund über die Ecke in die USA rein wollen, haben halt auch die Mafia bezahlt, haben die Kartelle bezahlt, um diesen Abschnitt durch den Darien Gap zu gehen, wo bisher höchstens irgendwelche Journalisten in Sicherheitsteams durchgegangen sind. Das ist wirklich eine 100-Kilometer-Strecke durch den Dschungel, wo die mit ihren Kameras filmen und aufpassen müssen, dass sie nicht von den Mafiosi oder von den Kartelleuten, die sie begleiten, da zu sehr denen auffallen. Und wie die wirklich diesen Track durch den Dschungel mit den Migranten gehen, fünf Tage lang mit Verletzungen und mit allem, wo die auch alles sehen, was da passieren kann den Leuten im Dschungel, die mit Kindern hinten auf dem Rücken, Schwangere da 100 Kilometer durch den Dschungel tracken. Und wer sich für solche Art von Dokumentationen interessiert, es ist was anderes als eine typische Arte-Doku, die dann vielleicht auch irgendwann in China mal begleitet oder sowas. Das ist halt wirklich die Perspektive des YouTubers, der YouTuber, die sich unter Migranten mischen und in echter Gefahr sind und wo ungeschönt gezeigt wird, was da eigentlich abgeht und was viele Migranten eigentlich an Traumata durchleben auf ihrer Suche nach einem besseren Leben. Und wie gesagt, ich glaube, der Typ der Grieche heißt Timmy Carter und der andere heißt Bald und Bankrupt, so ein Brite, die beide aus ihrer Perspektive diesen Track zeigen und das ist etwas Dokumentarisches, was sehr heftig ist, was ich empfehlen kann zu schauen, weil man da mal die Realität dieser Leute sehen, was die alles durchleben müssen. Und das ist jetzt nur kurz meine kleine Style-Story während der anderen heftigen Sachen hier. Okay, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Achso, ja. Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, ja. Ja, also zurück jetzt aber mal zu Lück. Ja, genau, zurück zu Lück. Zurück zu Lück. Und also die Alicent, erst redet sie es ihrem Sohn aus, dann redet sie es ihrem Sohn wieder ein, beziehungsweise dann ist sie der Trigger. Und da kann man ja dann an der Stelle nur sagen, don't drink and fly. Ja, also sich rotzevoll auf den Drachen setzen ist keine gute Idee. Vor allem, wenn man eh schon Ego hat, was nicht größer als Wanner Eikel ist, sollte man an der Stelle das vielleicht nicht machen. Aber er macht es und damit bringt er ja den ganzen Kram, Plan von Sir Kraut dann doch durcheinander. Und das Ganze endet dann in einem, naja, sagen wir mal Halbfiasko, auf jeden Fall in einem memewürdigen, in einer memewürdigen Folge. Und gerade als das Forever Nerd Girl da saß und sagte, ach, die Rhaenyra, die Fitch Eye ist die Beste hier in der ganzen Serie. Da dachte ich mir schon so, ah, oder dass ich es wusste, so, oh, oh, oh. Ja, da müsste man vielleicht mal aufpassen. Deswegen hat sie dann bei Fred auch entsprechend mal geschrieben, werde nie wieder zugeben, dass ich einen Charakter bei House of the Dragon gut finde. Weil fünf Minuten später ist er eh tot. Oder genauso wie bei Discovery, der Charakter einen Namen sage, die wir nochmal haben. Und das war dann auch wirklich so ein Meme-Ding. Und was dann auch ein zweites Meme-Ding war, war, dass es durchaus den ein oder anderen Tweet oder Axe oder Fred oder wie auch immer gab, wo dann der Tenor war, also, dass ich jemals so viel für CGI-Drachen empfinden würde, ja, hätte ich halt auch nicht gedacht, ja. Zum Beispiel schreibt Jedi Manda, I'm way too attached to CGI-Dragons and wise women. Way too attached to those make-believe-Dragons. Ja. Da muss man auch sagen, also erstens ist es House of the Dragon, es geht einfach um die Drachen und da muss man denen sagen, Kudos seit Game of Thrones haben, die einiges gelernt, wie die ihre Drachen darstellen. Absolut. Wenn man sich allein diesen Jumbo-Jet von Vega anschaut, das Ding ist einfach immer eine Leinwandpräsenz. Wie lange der überhaupt auch braucht, um abzuheben und sich aufzustellen, da merkt man einfach, was für eine epische Größe hinter dem Vieh ist. Ja, und er ist auch dann, also, und du merkst auch in der Animation, merkst du auch die Schwere. Also, das fühlt sich wirklich so an, das muss man sagen, ist ganz fantastisch gemacht und so ein Drachenkampf kann ich mich jetzt nicht im Sinn jemals so gesehen zu haben. Das war schon nochmal einen draufgesetzt, auch zu allem, was man so bei Game of Thrones gesehen hat oder auch in der Ende der letzten Staffel. Da war ja dann gar nicht mal so viel zu sehen, weil es ja in den Wolken war und mit dem Blitz und Donner und so weiter. Aber hier muss man ganz ehrlich sagen, das war natürlich schon ein Knaller. Man hat es auch, wenn man jetzt die Bücher, so wie ich kennt, ja schon ein bisschen kommen sehen, denn die Folge hat sich halt sehr auf Rhaenyra konzentriert und es war halt der Kardinalsfehler. Da war mir klar, oh oh, denn wenn ein Charakter sagt und wenn das alles hier vorbei ist, dann gehen wir irgendwo hin, wo es schön ruhig ist und züchten Schafe. Dann weißt du schon, nur noch eine Mission, nur noch der letzte Job. Richtig, ganz genau. Dann ist dessen Ende besiegelt und so war es ja dann auch. Und ja, schade, um auch einer meiner Most Likable Characters und einer Bande von Idioten, weil sie wenigstens diejenige, die noch halbwegs was geritten hat. Aber sag mal, diese Drachen, die Analogie zur Atombombe ist schon so ein bisschen gewollt, ne? Ja, definitiv. Dass man sich also ganz, ganz lange davor zurück ist, überhaupt einzusetzen, weil wenn man einmal sozusagen einen Drachen loslässt, dann machen die anderen das auch und dann wächst halt da im wahrsten Sinne des Wortes kein Kraut mehr. Genau, und hier sieht man, wie es einfach passiert. Das wurde ja auch in den Folgen davor und in der letzten Staffel immer wieder erwähnt. Wenn die Drachen losgelassen werden, dann gibt es kein Halten mehr. Die sind eher nur eine Einschüchterungswaffe in dem ganzen Kalten Krieg, den wir da sehen zwischen denen. Und das wird jetzt ein heißer Krieg. Wir haben jetzt quasi das, was wir bei Fallout mit den Atombomben gesehen haben, sehen wir jetzt hier mit den Drachen. Und die sind einfach vernichtend. Ich meine, denkt dran, als wir das erste Mal wirklich eine Drachen-Attacke in Game of Thrones von Daenerys gesehen haben und wie die Drachen später ausgewachsen sind, gerade in so der siebten Staffel. Die sind unglaublich vernichtend. Drachenfeuer ist so dermaßen heiß. Da siehst du, die verbrennen in ihren Rüstungen und sind am Ende nur noch Asche, die da überbleibt. Und alles, was du da loslässt, kann nicht wieder zurückgeholt werden. Jetzt geht dieser Krieg in eine extrem heiße Phase über. Jetzt sind die Atombomben gezückt. Und jetzt hat auch kein einfacher Kämpfer, kein einfacher Soldaten noch mehr irgendeine Chance, der dazwischen kommt. Man sieht ja auch, wie Christen Kohl einfach die Leute wie Futter, wie Kanonenfutter da rein. Wir wissen, dass später noch die Drachen dazu kommen. Also ich meine, die hatten ja den Plan scheinbar gehegt, dass irgendwer von Dragonstone da rüberfliegen wird. Wahrscheinlich war deren Hoffnung, dass Rhaenyra das selber noch macht. Aber Rhaenys ist ja natürlich auch der perfekte Ansatzpunkt dafür. Und, wenn ich noch mal zu Rhaenys zurückgehe, alles in dieser Serie, alle Handlungen, die die Charaktere durchführen, die kommen irgendwann noch mal wieder auf die zurück. Es ist wie Ed Stark, wieder am Anfang. Alles, was du machst, hat irgendwann eine Konsequenz. Wenn die damals in King's Landing, als sie ausgebrochen ist, das einfach beendet hätte mit Team Grün, dann wäre sie jetzt auch nicht draufgegangen. Dann hätte sie vielleicht die Drachen vorher noch mal rausgeholt. Aber dann hätte sie einen Präventivschlag durchgeführt, von dem sich das Team Grün nie wieder erholt hätte. Das wäre deren Hiroshima gewesen. Quasi. Und alles, was sie da gemacht hat, dafür bezahlt sie jetzt. Und man sieht ihr auch an, dass sie merkt, okay, meine eigenen Fehler, die ich da gemacht habe, für die muss ich jetzt gerade stehen. Ja, da hast du recht. Und das ist, das hat man ja auch gemerkt, dass sie wirklich da gezögert haben. Und das fand ich auch durchaus überzeugend. Aber wenn diese Büchse der Pandora einmal offen ist, dann, ja, dann ist sie halt eben offen. Also, Rhaenyra stürzt tödlich getroffen, beziehungsweise mit dem tödlich verbundenen Drachen Mellis zu Boden. Beim Aegon wissen wir es noch nicht. Ich gehe ja mal davon aus, dass der es überlebt hat. Ob es der Drache überlebt hat, weiß ich nicht. Aber sind denn eigentlich alle Targaryen so wie Daenerys irgendwie so feuerfest? Oder, jetzt habe ich mich ja echt so gefragt, sind die eigentlich alle so feuerfest? Müssen die ja sein, oder? Nein, 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 sind die nicht. Okay. Das fand ich spannend, auch an Daenerys zu sehen, jetzt im Vergleich, dass das hier ist, weil, ich glaube, ich habe es irgendwann mal gegoogelt, aber dieses, dass ein Targaryen feuerfest ist, das ist nicht selbstverständlich für ihn. Was man ja hier definitiv auch, beziehungsweise noch nicht sieht. Ich wollte gerade sagen, ne? Was mit ihm passiert ist. Ja, also, ganz ehrlich, du zeigst die Leiche nicht, also wird der auch noch nicht tot sein. Exakt. Wahrscheinlich schwer entstellt. Genau. Reynis sieht, wie man sieht, wie sie begraben wird von Melis oder wie der Drache heißt. Der explodiert ja auch, der Drache. Genau, wenn du so ein Feuer in dir hast, ein bisschen Gas, das muss ja auch noch irgendwo hin entweichen können. Allerdings scheint ja Vega auch nicht ganz so eine Verletzung aus dem Kampf rausgekommen zu sein. Ja, lass uns mal zwei Sachen, was die Drachen angeht, besprechen. Zum einen vielleicht erst mal eine ganz kurze Bestandsaufnahme. Welche Drachen hat eigentlich welches Team? Also, Team Grün, rund um die Hightowers und King's Landing haben wir Vhagar, auf dem man reitet, der mit der Augenklappe. Dann haben wir Sunfire, der ja hier dann von Aegon, also dem König, geritten wird. Dann haben wir Dreamfire, das ist der Drachen von Helena. Die haben wir aber noch gar nicht großartig reiten sehen. Und das war's dann im Moment, deswegen sag ich im Moment, kommen wir gleich noch drauf, eigentlich bei Team Grün, also drei Stück. Und bei Team Schwarz, also alles rund um Rhaenerys, da haben wir Caraxes, da reitet der Dämon drauf, dann haben wir Syrax, da reitet Rhaenyra drauf, Vermix, da reitet Jaeserys drauf, Moondancer, der ist für Baer, die ja gerade auf Patrouille ist, ja, und dann hatten wir noch eben Rhaenerys und ihren Drachen. Also steht's da jetzt im Moment, je nachdem, was aus Sunfire wird, steht's im Moment entweder 3 zu 2 oder 4 zu 3 oder 4 zu 2, muss man mal gucken. Und dann gibt es aber noch, und das ist ja etwas, das wird in der Serie bisher gar nicht so erklärt und auch gar nicht, oder nur so, ich glaube in der ersten Staffel wurde es mal so im Nebensatz erwähnt, aber die Einführung von neuen Charactern, nämlich besagtem Ulf White, Jude Hammer und Adam von, wie hieß er, Adam of Hull. Die sind ja nicht von ungefähr, sondern die werden dann mal, die können auch Drachen übernehmen, sozusagen, herrenlose, denn das wird, glaube ich, gar nicht gesagt, ist, es gibt ja auch wilde Drachen, die da rumfliegen, also die niemand gehören und es gibt ja auch noch diesen alten Drachen, Varymere, glaube ich, heißt der, von Viserys, den alten, den gibt's ja auch, den haben wir in der ersten Staffel mal kurz gesehen, ja, der uralte. Wie ist denn das mit diesen Drachen und bloßen Drachen und den kann ich dann irgendwie claimen oder wie funktioniert das denn? Also erstmal kannst du nur einen Drachen claimen, einen Drachen bekommen, wenn du Targaryen Blut oder valyrisches Blut in dir hast. Anders geht's nicht, anders kannst du keine Verbindung mit den Drachen herstellen und es gibt jede Menge, also die Targaryens, die haben ja nicht nur unter sich rumgepoppt, die haben ja auch schön fleißig woanders rumgepoppt, was man ja auch definitiv an Alicent und anderen Leuten sieht, dass Targaryens sehr aktiv sind, ja, Alicent ist ja kein Targaryen, ist ja ein Eithauer, aber an Rhaenyra sieht man das ja auch, die durchaus ein paar Bastarde da hat und in der Tat gibt es einige Bastarde von anderen Targaryens, die in dieser Welt rumlaufen, wo du gerade einige von gesagt hast, die sogenannten Dragon Seeds, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch wahrscheinlich Drachensamen, Drachenableger, Drachenabkömmlinge, irgendwie so man sagt und die sind in der Lage auch zu Drachenreitern zu werden und das wird noch ein wichtiger Punkt in diesem ganzen Bürgerkrieg, weil wenn natürlich irgendwelche anderen draufgehen oder irgendwelche Drachen noch nicht geklappt worden sind, dann sind die Drachenreiter oder die Dragon Seeds, die perfekten Kandidaten dafür, auch nochmal auf so ein paar F-16s rumzufliegen. Okay, und was hat das jetzt also sozusagen mit denen, die wir jetzt da, also der Yu, der Ulf und der Adam, die werden also dann sozusagen in Zukunft auch noch ein paar Drachen kriegen, weil das ist ja der Sinn von denen. Genau, genau, also ich weiß nicht, ob alle von denen Drachen kriegen werden, sie haben alles Potenzial zu reiten, wenn sie entsprechend das Targaryen-Blut oder das valyrische Blut in sich haben, aber ja, die werden später noch eingesetzt, wenn viele der Großen fallen. Okay, und kann man so einen Drachen auch live draußen einfangen? Nee, das funktioniert nicht. Die sind eigentlich alle im Besitz der, es gibt in dem Fall keine frei lebenden Drachen. Es ist ähnlich, wie wenn du in Finnland rumläufst oder in Norwegen, alle Rentiere, die da unterwegs sind, die gehören auch irgendwem. Die sind auch eigentlich im Privatbesitz. Die sind alle gechippt, auch wenn die im ganzen Land so frei rumlaufen dürfen, die gehören irgendwem. Und so ist es auch mehr oder weniger mit den Drachen dort. Ich verstehe, okay. Also, das heißt, die Drachen gehen uns so schnell nicht aus im Moment haben wir noch keinen Mangel da dran. Noch nicht, aber wir erinnern uns, in der Zeit von Daenerys gibt es keine Drachen mehr. Die letzten Drachen sind da schon lange tot. Und dieser Bürgerkrieg, der Dance of the Dragons, der sorgt dafür, dass einfach der Großteil der Targaryen-Nachkommen und der Valyrischen-Nachkommen und der Drachen draufgehen. Dadurch verschwinden die Drachen aus dieser Welt. Okay. Na ja, ihr verschwindet auf jeden Fall hoffentlich nicht als Hörer, sondern ihr bleibt natürlich ganz brav bei der Stange. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns an info at nerdizismus.de oder schreibt uns auf nerdizismus.de oder schreibt uns auf nerdizismus.de slash Discord oder schickt uns natürlich am besten eine Sprachnachricht an die 01525 9647709 und sagt uns, wie ihr glaubt, wie das Ganze weitergeht, wie ihr House of the Dragon aktuell findet, ob ihr weiterschaut, ob ihr euch lieber auf Rings of Power freut oder ob ihr hier dann doch weiter im Team Game of Thrones seid. Wir werden auf jeden Fall weiter diese nächsten zwei Folgen dann besprechen. sechs und ne drei vier fünf und sechs werden wir als nächstes dann besprechen. Dann werden wir die Ecolite besprechen und ich glaube, wir können mal über Beverly Hills Cop sprechen. Lass uns mal die Tage über Beverly Hills Cop sprechen. Ja, und in diesem Sinne Muss ich noch gucken. Ja, dann guck du den mal. Ja, guck du den mal. In diesem Sinne macht die Jotter draußen, erhaltet ja die Ohren steif und alles andere auch. Habt ihr jetzt ja gesehen der Serie, wie es geht und in diesem Sinne bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. des Podcast-Imperiums.